Willkommen bei Benni und Steve, wir spielen den krassen Shit, damit ihr es nicht müsst. So sieht es aus und damit ein herzliches Willkommen hier wieder zurück auf unserem YouTube-Kanal zu einem neuen Projekt Among the Sleep. Wir spielen heute Among the Sleep. Das Spiel ist schon ein bisschen älter und betagter. Wir kennen es leider nicht. Und ich bin mal gespannt, was uns da so alles erwartet. Ähm, wir gucken mal rein. Äh, okay. What, what is happening? Kann ich mich schon... Oh Gott, ich kann mich... Woos? Hey, Sweetie, hast du schon dein Drink geöffnet? Loh! Oh, vorsichtig! Es wird verbrechen. Jetzt wird es nur eine Minute sein. Mami muss nur sicher sein, dass das Kacke perfekt ist. Lass uns mal sehen. Da und da. Hier. Oh, ah, look at you. Du bist so adorable in deinen kleinen gefütten Pajamas. Happy Birthday to me, happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to me. Happy Birthday, Sweetie. Wow, heute zwei Jahre. Ups. Ich glaube, ich kenne einen kleinen Kuchen, der bereit ist, etwas Kuchen zu tun. Chugga-chugga-chugga-choo-choo! Hier kommt es! Durch den Tunnel! Choo-choo! Ich werde... ...wenn... zurück. Geh mir den! Warum geht sie weg? Mami! Was ist passiert hier? Ist das ein schlechter Traum? Das ist doch Mami, oder? Ist das Mami? Hey, Mami! Also, uns geht es anscheinend nicht gut, wenn Mami weg ist. Schau, was ich gefunden habe! Ich wundere, was es ist. Wieso gehen wir auf der Strecke und herausfinden? Ja, 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 ja! Wir gehen nach oben und machen das Paket auf. Ja, 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 Geschenke! Oh, mein! Wie viel Kuchen hast du denn? Was soll denn das jetzt heißen? Hallo? Mami? Hast du das Geschenk mitgenommen? Ich will mein... Wo ist mein Geschenk? Oh, Gucci! Ja, Freude, Freude, Freude! Wo ist mein Geschenk? Äh, okay! Wann ist das? Cribbite Studio... Achso! Ich dachte, da steht ne Information für mich! Okay! Also... Sieht ja erstmal... gar nicht so schlecht aus. Warum wird alles da hinten so dunkel? Äh... Gibt's... Gibt's nen bösen... Dämon? Morgens ist nie. Ähm... Wo ist das? Da ist das Geschenk! Ja, 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 ja! Ich will das Geschenk haben! Mach das Geschenk auf! Hier sind wir. Hm. Jetzt schauen wir, was drin ist. Ja, 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 ja! Vielleicht ist es ein neues Spiel! Ja, 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 ja! Einen Daddy! Einen Daddy! Ich will einen Daddy! Ahhhh... Ich will keinen Hasen! Keinen Hasen! Ja, einen Daddy! Daddy! Okay, Sweetie! Be a deer and play for a bit! Monu will be right back! Dann mach doch das Paket auf! Lass mich doch mit dem... Hallo! Da war ein Daddy drinnen! Lass mich doch... Warum bist du eigentlich da drecklich? Ich will auch nur zum Daddy... Daddy! Oh! Oh, was haben wir denn hier? Hm... Kann ich hier einfach so rüberschmeißen? Jaaa! Upp! Warte mal, ich kann ja auch... Ich kann ja... Kann ich... Hieß es nicht? Ich kann auch klettern mit Leertasse? Ich mach den Ball weg hier! Huch! Entschuldigung für die... Für die Maus-Sensibilität! Die ist... Etwas heftig! Ich... Okay... Können ihr crouchen? Ja, und? Achso... Okay... So, kann ich jetzt... Hier hoch? Ja, 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 ja! Wir können escapen! Escape! Und ab aufs Kissen! Jawohl! Kann ich jetzt zu meinem Geschenk? Oh, warte, warte, warte! Wir bauen uns ne Treppe! Hä? So! Ich drücke Leertaste... Kannst du das machen? Musst du weiter rein? Warte mal, kann ich das so machen? Flup! Aha! Und hier kann ich jetzt drauf... Ja, 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 ja! Jetzt kommen wir zu Teddy! Nimm weg da! Teddy ist weg! Hier ist mein... mein Elefant! Elefant! Yay! Wo ist mein Teddy? Ich will zu Teddy! Was ist... Was ist jetzt unsere To-Do? Teddy hört sich verstehen? Ja! Guck mal! Teddy, ich bin Teddy! Schön, dich zu treffen! Hey! Was ist dein Name? Mein Name ist Benni! Hallo! Ich bin Benni! Nicht viel von einem Sprecher, eh? Doch! Ich reg viel! Let's play a game! Ja, 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 ja! Was wollen wir spielen? Teddy! Hallo! Hallo! I'll hide the pink Elephant while you're not looking! Okay! Stell mich hier hin! Come here! Turn around and cover your eyes! Oh mein... Meine Augen verdeckt! Warte mal! Was macht der Knopf? Das... Nein! Warte mal! Ich muss Escape drücken für Cover My Eyes! Äh... Äh... Und weiter? Da! Du kannst jetzt schauen! Ah! Aber erst mal, wenn wir hier... Hey! Moment! Wie Stevie auf diesen Knopf drücken! Miep miep! Chuchu! 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 So! Äh... Was sollten wir jetzt? Elefant suchen! Elefant! So, kann ich mit dir? Nee, kann ich nicht! Okay, wir gucken jetzt, wo... Wo hat er den Elefant versteckt? Warmer! Warmer? Okay! Ja, 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 ja! Wird wärmer! Oh, guck mal! Hier hab ich schon an die Wände gekommen! Pretty warm! Pretty warm! Ist der hier drinnen? Musst ihn dafür... Polder! Okay! Ich bin noch hier! Elefant! Nee, he's still cold! Hallo! Wollst du? Teddy? War das jetzt deine Absicht, dass du mir hier die Tür zu machen wolltest? Du bist ein böser Teddy, hm? Bist du kein guter Teddy? Cold! Cold, okay! Colder! Warum ist jetzt hier Cold da? Cold kann's doch gar nicht sein! Nee! Nee, he's still cold! Still cold, okay! Wir schmeißen hier alles um. Da ist Teddy! Ich hab nen Strike gemacht! Super warm! Super warm! You found it! Jaaa! Nochmal! Machst du ihn nochmal? Wow! Is that a music box? Does it work? Oh! Äh, Teddy, sag mal selber! Läufst du hier einfach so rum? Ach, da hinten meinst du? Ja, hier! Usebox! Und jetzt? Soll ich den nach oben? Soll ich den mal nehmen? That's a nice melody! Schön! I'm the Pink Elephant! Hashtag ab 18! Es geht schon wieder los! Und jetzt? Hey, lieber, ich mach mal jetzt! Ich hab die Musik angemacht! Doch schön! Spielen wir jetzt mit der Choo-Choo-Bahn? Teil geil! Teilweise lüftet! Teilweise lüftet! Lüftet durch und teilweise nicht! Ähm, nimm mal den Ball da weg! Five thirsty animals upon a dry, dry hill! We could use a drink they sang and started to drill! Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well! Oh! 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 Wer freut sich über die... How do you start it? Ja, warte, warte, warte! Wir müssen das Buch erstmal hier wegnehmen! Nimm! Hallo! Nimm doch das Buch von den Schienen! Mano! Okay! Teddy, ich zeig dir wie das funktioniert! Karton weg! Plup! Oh! Warte mal! Nee! Karton vielleicht nicht da hin! Da hin! Und jetzt drücken wir den roten Knopf! So wie Stevie! Stevie würde auch mal den roten Knopf! Round and round and round! Hey! Pick me up and carry me on your back! I want to show you something! Ich weiß wie gesagt noch nicht, ob der Teddy gut oder böse ist! We need some place very dark! Ah, das hört sich nicht gut an! How about your closet? Warum...sollte ich auf Teddy hören? Ich hab Angst im Dunkeln! Teddy sieht gar nicht so neu aus! Nee, der sieht wirklich nicht so neu aus! Warum soll... Okay... It has to be darker! Shut the doors completely! Good! It has to be darker! Shut the doors completely! Good! This will do nicely! I hope there are no monsters in here! I hope there are no monsters in here! If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly! You might feel a little bit safer! Dress F to hug Teddy! Okay, Teddy! Oh, guck mal! Auf einmal haben wir hier einen Geheimgang! Mit schwarzen... Äh... Gummischen... Toll! Ich denke, wir müssen hier sein! Wir müssen vorsichtig sein! Ich mag das nicht! Äh... Äh... Ja, warum... warum... Teddy, wenn du das nicht magst, warum hast du mich denn hierher geschickt? Wir hätten auch einfach... ...nicht in den Schrank gehen können! Das wär doch auch ne Option gewesen, oder? Nur wegen dir bin ich im Schrank! Und're gonna ca! Ich weiß nicht ob ich da... Ich... Ich hab da so ein bisschen Angst! Nicht hier so dran vorbei... Was war das? Ja, 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 ich höre das die ganze Zeit. Was ist das? Ich weiß nicht, ob der so gut ist für mich. Ich nenne jetzt schon mal Traumateli. Ja, ja, ja. Okay, Feier machen. Lass mich raten, der wird jetzt irgendein... Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Goodnight, hun. Sweet dreams. Okay. Okay. Wir schlafen. Was passiert jetzt? Also, wir haben zumindest kein Nachtlicht. Warum, weiß ich nicht. Also... Das Kind hat ab und zu mal so Nachtlicht gehabt. Okay, wir werden wach, weil die Tür so halb offen ist. Und jemand, der die wegnimmt. Ja, genau. Genau. Ja, aber will ich erst mal einen Schluck trinken? Ja, nee, ist klar. Als ob. Ja. So, ja, Teddy wurde entführt, hinterher, aber irgendwie auch... Nein. Warum? Warum? Wer zum... Also... Wer hat das hier gemacht? Also... Okay, wir gehen Teddy hinterher. Teddy! Where are you? It's... Very creepy. Oh Gott, ich kann mich auch noch rüberlehnen. Ach du heilige... Hallo? Ist da wer? Hm? Nein? Okay. Ähm... Jetzt ist die Frage, komm ich da jetzt nicht ran? Und brauch den Stuhl dafür? Oder... Geh die Tür einfach nur nicht auf? Okay. Das hört sich aber nicht gesund an. Oder ist der in der Waschmaschine? Wird der gerade sauber gemacht? Hallo? Der ist in der Waschmaschine. Hallo? Wir machen mal die Tür zu. Alles vielleicht besser. Aha! Teddy! Ich helf dir, Teddy! Ich zieh den Stecker! Bitte mach das nicht zu Hause! Teddy! Bitte mach das nicht zu Hause! Teddy! Also... Also... Ich sag mal... Ich sag mal dazu... Also... Teddy jetzt zu waschen... Das ist jetzt nicht verkehrt! Was? Äh? Okay... Ich muss nur... Okay... Warum sollte ich jetzt da runter gehen? Wenn es da so grölt? Das ist jetzt... Das ist jetzt nicht euer Ernst? Hallo? Kann ich? Hallo? Warum? Kann ich schneller laufen? Ich kann ohne Teddy schneller laufen. Okay. I'm coming. Wuhu. Shh. We have to be very quiet. We can't let it find us. Was denn? Was darf uns denn nicht finden? Jetzt sagt mir nicht meine Mutter. Also meine Mutter darf mich finden, aber... Äh. Uh. Staubsauger? Okay. Vielleicht kann ich runterkrabbeln? Äh. Schnell. Ich renne jetzt durch. Was passiert denn? Warte? Also... Okay. Ich kann den Fernseher an- und ausmachen. Cool. Hä? Hööööö Hohohoho Ich dachte, wir machen heute einen entspannten Scream Versteht ihr? So einfach Easy Aber nöööö Wir spielen am breakthrough Hallo Hallo Ha? Ist da was? Was ist das da? Äh, wir gehen mal hier rein Lass mich hier rein Loy, was hab ich genommen? Hööööö, das hab ich genommen Was war das? Was ist das? Hallo? Okay, kann ich hier hochklettern? Yeah. Kann ich hier auch hochklettern? Ja! So, jetzt kann ich mal ein bisschen Blödsinn machen. Alles gut, ja. Nee. Ein bisschen. Das kaputt machen. Warte mal. Könnte ich jetzt mit den Scherben... Nein, oder? Oh, ich kann hier noch reingucken. Uh! Was haben wir denn hier? Ich würde es kaputt machen! Kann ich nicht. Okay. Also wir können anscheinend wieder überall reingucken. Was? Like? Rock? Rockkost? Pro, pro Post? Okay. So, das sind einfach nur so... Okay. Einfach nur gerichtet. So, und was machen wir hier? Also, was ist jetzt unsere To-Do? Achso, ich muss hier wieder mit dem Stuhlchen. Mal mit Stuhl. Mal mit Stuhlchen? Mal mit Stuhl? Mach die Tür auf. Wer raus hier? Wer raus? Aber warum wollen wir eigentlich weg? Also. Der hat mich jetzt gerade... echt gut gekriegt. Hallo? Oh. Vor was muss ich mich eigentlich hier fürchten? Also muss ich mich vor Mami fürchten? Muss ich mich vor dem da fürchten? Oh. Hier ist noch ein... Ist noch ein Hasi. Oder muss ich mich überhaupt nicht fürchten? Warte kurz Sorry Hallo Hallo Sieht aus wie das Arbeitszimmer von Mami oder Papi Ich weiß auch noch nicht Oh, hier ist ein Safe Money Let's take Take the money Als kleines Geld kann man mit Geld vielleicht nicht so viel anfangen Äh Was geht da oben mit der Lampe? Seht ihr das mit der Lampe? Also, das ist schon komisch Hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Wenn ja, ist nicht so wild Hä Ist doch jetzt die Schlafzimmer bei der... Hä? Oh wie Achso, da komme ich jetzt nicht ran oder da? Warte, warte Kann ich da ran springen? Das wäre jetzt interessant Möchte ich noch weiter rausziehen? Ja Mami Mami Guck mal Oh 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 Ah Oh Oh also nie oder ist auch noch so eine schwarze so bitte die heißt nichts gut und heißt nichts gut und nein mami und papi haben sich trennt ich höre doch mal gibt sie noch ein bild ich guck ganz kurz noch in den schrank ob sie noch ein bild gibt ja guck mal da gibt es noch ein bild sammeln objek mami bist du hier kann ich einfach gehen gibt es diese option ja auch zu einfach sie nirgends macht doch mal hier auf einfach mal ganz auf damit ich wieder durchlaufen kann jetzt kann ich da nicht durchlaufen denn ernst guti okay Was war das denn jetzt? Also es war nicht unsere Mami. Mami. Ich hab so ein bisschen Schiss, ne? Also bin ich, bin ich? Was ist? Was? Was geht hier ab? Äh, so, äh, ja. Geh ich jetzt da rein? Okay. Okay. Hallo? Hallo? Schau an Mami. Kannst du unsere Reflexion sehen? Es sind Sie und wir. Ich hab so ein bisschen geflogen geflogen. Ich glaube sie kann uns nicht hören. Und sie ist so distant. Vielleicht ist es eher wie eine Erinnerung von ihr? Was mach ich denn jetzt hier? Ich nehm das Medellin. Okay. Kann ich jetzt wieder zurück oder? Muss ich jetzt hier? Okay. Töpfe, was? Oh, okay. Was kann ich damit machen? Hä? Warum hab ich das denn jetzt in der Hand? Okay, 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 okay. Ich, ich raffe nichts. Jetzt gehen wir hier in so eine Posaune rein oder was? Nächstes Level. Cool. Ist du okay? Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob Teddy gut oder böse ist für uns. Whoa. Was ist das Ort? Ja, ich weiß nicht. Ich nehm dich mal wieder auf den Rücken. Und dann gucken wir uns in unserer Traumwelt mal um. Jump in run action hier. Schon ein zweijähriger. Ein Spielhaus? Was ist das hier? Ja. Es lädt zum Spielen ein, oder? Ist es lockt? Ich kann es aus dem Inneren öffnen, wenn du mir helfen kannst. Ja, und? Ja. Okay. Ach, Teddy macht jetzt für uns auf. Okay. Okay. Achso, jetzt hat er schon aufgemacht. Okay, okay. Oh, look at this place. Oh, look at this. Look at this. Oh, Gott. Das sieht ja schon wieder nach Rätseln aus. Ich muss da jetzt hier wieder irgendwas, wieder irgendwie... Es ist hier wieder. Es klingt, wie es kommt von behinder dieser Tür. Es muss ja auch eine Art, um es öffnen zu lassen. Ja, 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 ja. Es scheint, es sind irgendwie verbunden. Ja, 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 ja. Ja, kletter mal rein. Du, mach, mach ruhig. Oh, okay. Vielleicht braucht es ja, und welchen? Ja, und welchen? Ist es da nichts, was wir nutzen können? A tap to view your memories and use left mouse button. Ich pack doch jetzt nicht das da rein. Doch, ich pack's da rein. Cool. Und jetzt? Weiter. Er zeigt nicht immer... Oh, no. Ja, und jetzt mach ich was? Oh, look. Buttons. Buttons. What happened? Why didn't it open? Äh, weil wir das vielleicht beide drücken müssen? Drück mal. Maybe we have to press bolt at the same time. Ja, 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 ja. That's it. Yay. It seems like the memory you shared unlocked the door. Kann ich meine Memory wieder mitnehmen? Yay. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Wie? Äh, 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 äh. Okay. Kann ich hier noch irgendwie... Also, oder, oder finde ich die Memories hier drinnen? Oder... Hä? Ich bin verwirrt. Lass mich doch... Okay, also wir müssen hier drinnen anscheinend suchen. Gut. Gut, 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 gut. Welche Memories könnten denn jetzt doch gemeint sein? Die, 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 die... Ach, ich muss den erst mal wieder in die Hand nehmen, damit ich... Oh Gott. Sag das doch ein. Daddy, kannst du auch nicht springen hier. Guck mal, eine Schaufel. Yay. Take this Schaufel. Take this with us. Die Schaufel. Yay. Loading. Rätsel-Level bisher machbar. So sieht's aus. Wo ist meine Schaufel? Where are we? Schaufel! Da nimmt er extra die Schaufel mit und dann... Das hatte ich auch früher gehabt. So zum Hinter... Wo ist die Schnur? Ich will das hinterherziehen. Ding, 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 ding. Hat immer Spaß gemacht. Okay. Also jetzt... Aktuell wird noch alles beleuchtet. Aktuell ist auch noch nichts so Großes mit Hide and Seek. Und auch zum Glück... Ich will es nicht beschreiben. Nicht ganz so... Rätsel-Level. Yes. Kann ich jetzt hier wieder runter? Ja. Ja. Neuer Playpark. Oder? Rutsche. Yay. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Ich hab jetzt... Was kann ich jetzt... Was kann ich jetzt... Lord. Okay, ich kann die da drinnen einsetzen. Ach, ich brauch die als Gegengewicht. Na, dann muss ich erstmal auf die Suche gehen nach weiteren... Eulen. Man weiß ja nie. Noch eine Eule gefunden. Eule. Du, kleiner. Wer auch immer da draußen ist. Äh... Warum kann ich... Hä? Shhh. We should be careful. Okay. Warum? Also ich hab bis dato nie ne Gefahr... Äh... Gesehen. Bis auf den... Schwarzen... Geist. Der aber bis dato... Niiiichts gemacht hat. Was ich auch völlig in Ordnung finde. Wo kann ich jetzt hier rauf? Und... Und... Und rüberkitter? Maybe? Gittert? Nope. Okay. Also wir brauchen noch weiterhin... Drei Eule. Ah... Eule, 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 Eule. Ja... Nee, ist klar. Kann ich das auch einfach zumachen? Nee. Ich muss jetzt da runter? Okay. Ah, wir sind trapp. Wir sind trapp. Das sind wir ja nicht. Weil es gibt doch hier vorne... Guck mal hier. Hier gibt es doch einen Ausgang. Ne, Teddy? Ist... Wir sind doch zu zweit. Please, creeps me out. Ich hoffe, deine Mutter ist okay. Ich... Ja... Ja... Mutti macht das schon. Oder? Aber wir dafür nicht. Wir sind runtergefallen. Ja, continue the story, please. Bin ich wirklich vom Brett da runtergerutscht? Ey, ist ja... Also... What an Anfänger-Failer. Aber wir haben dafür die... Trophy. Äh... Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Re-espawned? Re-respawn? Okay. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg lang. Ja, genau. Hier sind wir runtergefallen gerade. Okay, okay. Cool, 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 cool. Das sieht nicht so cool aus. Take it. Okay, hier kommen wir jetzt wieder raus. Ey, Steuerung ist aber hoch. Also, manchmal mühselig. Kann ich das jetzt auch wieder zumachen? Damit, falls was kommen... Mich nicht verfolgt. Hallo? Okay. Wir haben doch jetzt... Also, ne? Jetzt haben wir noch eine weitere gefunden. Ah. Jetzt bräuchten wir mal noch zwei. Okay, hier ist ein Stein. Da ist aber auf jeden Fall noch eine Eule. Wir haben den Stein. Kann ich nicht wegnehmen. Verdammt. Äh. Hm. Es geht? Nee, es geht nicht. Aber bestimmt, wenn ich mich hier rausstellen. Kann ich bestimmt... Okay, das Rätsel ging auch noch. Easy. Okay. Wir haben ein Problem mit... Die Truhe... Die Truhe zu öffnen. Ja! Und wir haben hier noch so ein... Was? 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 Was war das? Warum bewegst du dich auf einmal? Und jetzt bleibst du stehen? Okay. Wir gehen mal hier oben, weil wir brauchen noch eine Eule. Eine Eule! Und dann können wir auch... Auf die Wippe... Was der in da und hin fällt. Nur weil der ein bisschen sch... Quintet. Es hört sich gerade nicht so gut an. Muss ich mich jetzt verstecken? Oder... Wie sieht's aus? Hier rüber? Äh, nee. Äh, hier rüber? Kann ich... Oh, nee, da ist ja die Eule. Ich bitte... Okay. Warte, wir haben jetzt alle drei... Drei... Sachen. Hier ist ein Fussablauf. Die zeigen ganz klar... Woanders hin, wo ich nicht hingehe. Gut, ich bin weg. Tschüss. Ich gehe jetzt hier hoch auf den Turm und... Eine Runde klettern. Hör doch mal auf, immer hinzufallen. Ich erschrecke mich jedes Mal. Das ist doch unmöglich. So. Jetzt haben wir doch Gewicht genug, oder? Jetzt kann ich doch bestimmt hier hoch. Ja, ja, ja. Und können jetzt hier hochklettern. Was war da denn für Geräusch gerade? Hä? Äh, okay. Äh, okay. Man muss auch dazu denken, dieses Spiel ist ja eigentlich... Ab, ich glaube, sechs Jahre, oder so? Jetzt ernsthaft? Oder? Achso. Täusche ich mich denn jetzt gerade? Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber ich glaube nicht, dass das FSK 16 oder 18 hat. Oder was ich jetzt... Ich meine, bis jetzt ist ja auch noch nichts Böses passiert, aber... Meine Güte, die Anspannung ist auf jeden Fall da. Und ich würde so ein, ich sag jetzt mal, sechs bis acht Jährigen das Spiel nicht unbedingt spielen lassen wollen. Willst du die Melodie wieder hören? Ja. Okay, eine weitere Zeit. Dann ist es Zeit für den Bett. Gemeinsam spielen, falls da Fragen aufkommen oder so. Sollte man das, glaube ich, immer, immer in Erwägung ziehen. Okay, Spieluhr. Mami, wir nehmen uns jetzt die Spieluhr. Okay. Oh, guck. Diese Regenbogen, Dinger, ja. Können wir hier so eine Melodie machen? Ich bin auch wieder zurück. Ich bin auch wieder zurück. Oh, endlich. Wir müssen näher kommen. Ich weiß, warum... Wie? Getting closer? Zu was? Und wohin wollen wir? Und warum sind wir hier überhaupt? Getting closer? Sag da einfach so. Ha. We made it back. We made it. Okay. Cool. Ach, jetzt muss ich das Ding... Hä? Nee. Hä? Muss ich jetzt das nochmal da reinpacken? Komm her, Teddy. Dreich, dreichel. Wir träumen und wir wollen zu Mami, denke ich. Ja. Also, glaube ich auch. Aber warum sind wir jetzt wieder an demselben Haus? Ich meine, okay, wir haben... Wir müssen einen Weg zur Sicherheit. Wir müssen einen Weg aus diesem Messen. Okay. Okay. Ich meine, wir haben jetzt ja wieder die Spieluhr als Profäe. Die haben wir ja hier wieder drin. Ich gehe mal davon aus, wir müssen sie jetzt wieder in diesen Ofen packen. Damit sich wieder ein weiteres Gate öffnet. Und wir müssen uns wahrscheinlich... Insgesamt viermal. Du und ich, wir werden das alles zusammenarbeiten. Ja. Zusammen sind wir stark. So sieht's aus. So. Spieluhr. Rein in den Ofen. Okay. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Und... Hallo? Weiter drehen. Also, mit Maus haben wir das zu tun. Das ist echt... Gerade das Drehen... Nicht so einfach. Achso. Wir drücken wieder gemeinsam. Auf zum nächsten Level. No time to lose. No time to lose. Ich merke schon, Teddy möchte Speedrun-mäßig hier durch... Durch rushen. Ähm. Er möchte, dass wir ganz schnell aus unserem Traum hier... ...wieder... ...wachen. Um zu Mami zu kommen. Das hört sich übrigens... ...extreem creepy an. Speedkrabbeln. Ja. Okay. Wo sind wir jetzt wieder? Hier wächst einfach ein Baum? Ist das wichtig? Okay. Okay. Was ist dieses Platz? Ich denke, wir sollten quiet sein. Äh. Okay. No quiet. Wachsen hier Bäume? Achso, ja. Mit Teddy kann ich ja nicht sprinten. Äh. Okay. Okay. Ich vergesse es jedes Mal, dass wenn ich Teddy in den Armen habe, dass wir ja dann nicht... ...sprinten können. Loll. Was sind wir jetzt hier? Those floaty things... ...they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Okay. Na dann klettern wir doch hier einfach rüber, oder? Oder auch nicht. Oh, guck mal. Puzzle. Ich... Wir finden Puzzleteile. Müssen wir hier irgendwo ran? Also, muss ich jetzt hier ran, um da oben, aber ist doch kein Puzz... Ach, was ist denn hier? Ist doch ein Puzzlestück. Okay. Wir haben ein Puzzlestück gefunden. Ich gehe davon aus, da gibt's noch, äh, weitere. Okay. So, wo ist... Ist da noch ein Puzz... Ne, da ist keins. So, könnte jetzt noch ein Puzzleteil sein. Ach du Heiliger. Warum höre ich jetzt gerade vor allem halt keine Musik mehr? Ah, okay. Es gibt aber noch Indem-Geräusche. Und wir kommen nicht mehr zurück. Yay! Das ist... Ja... Hervorragend. War genau das, was wir... ...erreichen wollten. Weil... Wir brauchen ja nicht das Puzzleteil. Aber wir werden bestimmt wieder zurückkommen zum Puzzleteil. Äh... Rauf. Nein. Mach doch. Jetzt. Kann ich gerade sagen, ey. So. Ein Puzzleteil gefunden. Okay, die Mami sagt uns schon mal, dass dieses Stück in eine Ecke muss. Find ich okay. Wo geht... Wie... Wo... Wie... Hä? Sind sie hier weiter? Hallo? Äh... Noll. Okay. So, wie... Ah! Ah! Ich verstehe! Der Baum hat... Entgebaute Fächer. Wie praktisch! Ah! Okay. Und auf geht's wieder... Zurück? Oh, wie süß! Ja! Oder auch nein! Also ich... Äh? Ah lol! War ich hier... Kann ich jetzt hier wieder zurücklaufen? Wie dat? Ist jetzt das Fenster da wieder offen? Oder bin ich einfach nur verwirrt? So. Wäre jetzt nichts Neues, dass ich verwirrt wäre. Sind wir mal ehrlich. Er schreckt mich doch nicht so, dass du jetzt auf einmal wieder hinfällst. Aber... Okay, wir sind weg. Maybe, ich bin weg. Kann ich bitte wieder hier zurück... Gehen... 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 Baby ist ja zweijährige, nein. Er wird schwimmen. Ich weiß... Anders. Lass uns hier nicht zu lange wohnen. Äh... Sorry. Ich würde ja die ganze Zeit F drücken. Ja, ich würde auch die ganze Zeit mit Teddy kuscheln wollen, wenn wir dadurch nicht so langsam wären. Aber Teddy, oh Mom, da sagst du was. Ich hol mal Teddy kurz raus. Guck mal, hier ist Teddy. Aber ich kann da nie sprinten. Das ist immer so nervig. Gehen Teddy wieder einpacken. Okay. Also sie trinkt... Warte mal. Geht das noch weiter? Sie holt Wasser aus dem Brunnen. Das ist aber geil gemacht irgendwie. Sie holt jetzt Wasser. Zack. Aus dem Brunnen. Sie trinkt den ganzen Eimer. Ist auf Mallorca. Einmal saufen. Und dann erstmal ab ins Wasser. Okay. Und weg ist. Gut. Mal Urlaub. Kann man machen. Muss man nicht mehr. Oh Gott. Hier könnte ich jetzt auch noch überall reinschauen. Will ich das? Das sind mir zu viele Optionen. Ähm. Hol mal Teddy raus. Lass uns mal gucken, was... Teddy uns hier... Ähm. Selbst wenn ich kletter... Mach doch nicht so... Wenn ich kletter, dann soll man bitte Teddy draußen lassen. Okay. Okay. Ich bin auch ehrlich, ich habe noch gar nicht so oft, also eigentlich fast gar nicht, bis auf am Anfang, äh Q und E gedrückt. Damit ich hier so um die Ecken sneaky gucken könnte. Nutze ich gar nicht. Weil... Ich weiß, es waren jetzt gerade nur Stiefel. Aber es hatte seinen Effekt. Es war nicht so... Das... Okay. Cool, 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 cool. Ähm. Okay. Ähm. Hallo. Hallo. Äh. Bitte... Bitte lassen Sie los, Mr. Stuhl. Danke. Äh. Wo muss ich... Achso, muss ich vielleicht auf den Tisch, äh, klettern? Warte mal kurz. Geht das? Muss ich hier... No. Aber da sind... Warte mal. Muss ich doch zum Bett? Um dann... Nope. Okay. Wie wäre es, wenn wir den einfach denn mitnehmen? Hallo. Sag mal. Hä? Kann ich den mitnehmen? Ja, okay. Ich gehe mal aus, ich muss diese Tür hier öffnen. Oder? Ja. Okay. Ich habe es mir wieder komplizierter gemacht als gedacht. So, den kann ich doch jetzt bestimmt... Nicht mitnehmen. Ich drück mal F. Ja. Oh, Mami. Auf dem Mallorca-Rollung. Der ging es nicht so gut mehr. Oh. Hat war ein Eimer zu viel. Also, lass dir auch immer... Also, auch wenn ich eine Interaktion mache, verliere ich Teddy? Oh, ja, ernst. Ich will Teddy nicht verlieren. Lass ihn doch einfach mir in den Händen. Ja, jetzt... Jetzt kommen wir... Jetzt. Jetzt wird es interessant. Ach du... Meine Güte. Ja. Ja. Jetzt hopp. Ja. Und da ist ein Puzzleteil drin. Ja. Aber das Gute ist, wir können ja direkt... Kurbeln. Blö, 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 ist... ist ja wie... äh, das ist aber... äh, nix mal doch vielleicht... Nix mal vielleicht doch mit, mit Controller oder so... So, kann ich jetzt wieder zurück? Warte mal, hier glänzt was. Ist this the key? Achso, das kann ich jetzt nicht... Okay. Ich dachte, das wäre auch gleichzeitig... mein Dings zum... für den Ofen. Was ist denn jetzt hier los? Ich bin weg. Irgendwie geht es dem Kleinen nicht gut. Was war das für eine Hand? Achso, das ist unsere eigene... Oh Gott! Ich habe mich für unsere eigene Hand erschraubt. Wir haben doch jetzt das letzte... Puzzleteil haben wir doch jetzt, oder? Ich wollte gerade sagen, könnten wir nicht einfach wieder zurückgehen. Aber nein, können wir natürlich nicht. Weil wir brauchen jetzt erstmal wieder ein Viereck... für ein... Schloss. So ein Viereckschlüssel. Kennen wir. Nutze ich zu Hause auch... Viereckschlüssel. Ähm... Wo... Wo... Wo finde ich den denn jetzt? Oh Gott, das... Ist ja... Ist ja... Also... Mima riesig. Für so ein zweijähriges Kind. Hör doch mal auf... Sowas zu machen. Gibt es hier hinten noch... Eine Möglichkeit... Weiter... Zu... Kommen... No... Okay... Denn... Gehen wir in dieses wunderschöne... Haus. Am... See. Und schauen uns das einfach mal... genauer an. Ja... Einfach mal Brenner wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Brenner... Alle weg. Ach guck mal... Da oben... Bammelt der... Wunderbare... Schlüssel. Hä? Okay... Lass mich raten... Ich muss jetzt hier reinklettern... Um... Hat's da gerade geklopft? Okay... Ich muss nicht da reinklettern... Um... Das Fest... Mal hinzukriegen. Nee... Lol... Okay... Benni... Du bist manchmal... Richtig... Blind! Einfach... Nur blind! Ja, das Klopfen hört ja wenigstens auf. Das find ich gut. Teddy! Ich hab Teddy in der Hand! Okay... Okay... Zieh weg! Ja... Okay... Cool... Cool... Mami... Oder... Die Erinnerungs-Mami ist erstmal... Vielleicht auch besser so... So... Jetzt gehen wir... Unserem viereckigen Schlüssel... Unseren grünen... Ähm... Dauer einsetzen... Damit wir wieder zurückkommen... Damit wir das letzte Puzzleteil... Einsetzen können... Um dann... Jo... Leck mich! Wir sind... Definitiv... Safe... Ja... Das... Äh... Ja... Das... Okay... Also... Das scheint nicht Mami zu sein... Eine Vermutung... Meinerseits... Und sie ist schon wieder auf dem Weg hierher... Warum? Lass mich in Ruhe... Also... Ich will das nicht... Äh... Also... Wir wissen ja auch gar nicht ob das Mami ist... Oder ob das... Böse Tante ist oder so... Äh... Äh... Gäse... 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 Ach, jetzt nochmal das Bild... Mit... Mami und Emma saufen... Und... Dann kommen wir jetzt wieder zurück, ne? Ja... Nice... Okay... Wir können jetzt das letzte Kuselstückchen... Einsetzen... Und dann gehen wir einfach eine Runde weiter... Mit der neuen Memory... Flupp... Und dann können wir Level 3 öffnen... Also, glaub ich... Oder? Oh Gott, warte mal... Das Bild hat sich auch verändert... Jetzt hab ich gar nicht darauf geachtet... Wir gehen nochmal kurz zurück... Äh... Weil natürlich... Alles... Alles mitbekommen... Okay... Büchlein... Mit Mami... Und... Pöchterlein... Mit einer Puppe... Oh Gott... Mami ist weg... Und wurde ersetzt durch einen... Baum... Jut... Sie liest jetzt alleine ihr Buch? Eieiei... Äh... Das... Bei... Ui... Ui... Das macht aber noch Geräusche... Das sieht sehr nach Hide and Seek aus... Ui... 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 Was war das? Was ist das? Was ist das? Okay... Wir machen jetzt den... Crabble Simulator... Und Crabble jetzt hier durch die... Ui... Ui... Meine... Phrase... Bist du weg? Also Chat... Falls das zu laut sein sollte... Na... Sagt Bescheid... Dann... Mach ich das für euch ein bisschen leicht... Mh... Aber auch nur wenn ihr es wollt... Ja... Ja... Und ich komm nicht dran vorbei... Ja... Logisch... Ein Sumpfschlafmonster... So... Wir machen mal hier ein bisschen... Hide and Seek... Hide and... Äh... Jetzt mal ein bisschen so im... Gebüsch... Du... 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 Okay... Durch das Wasser können wir nicht... Das wissen wir ja schon... Hier reich ich durch... Naja... Das ist... Das könnte ein Problem werden für mich... Oder auch nicht... So... Jetzt ist nur die Frage... Muss ich jetzt hier einfach nur... Irgendwohin krabbeln? Also einfach auf die andere Seite? Ist das Gerüsch? Kann ich jetzt das hier nicht? Kann ich hier... Okay... Wir könnten auch einfach das Brett nehmen... Und einfach hier drüber... Jumpen... Eine Güte ey... Das macht manchmal auch wieder komplizierter als es ist... So... Hier sind irgendwelche Hinweise... Mit... Mutti und... Oder... Monster... I don't know... Ah... Ne... Na... Sound passt... Finde ich gut... C eigenlijk... Hätte nur sein können... Das eventuell... To lautet... Aber... Ih... Easy... Ehhh... W warum? Werden wir verfolgen? Ne, oder? Ne, safe nicht. Safe lässt er uns in Ruhe. Wir haben hier noch ein schönes Beetchen. Nehmen wir mit. Okay. Okay. Er ist weg, ne? Anzu bitte den Sch- Okay. Oh, Gott. Nächste Memory. Oh, come on. Nein, ich bin faszinierig, sagt der Rabbid. Der Rabbid schreit und schreit. Sie schreit so viel, dass ihre Träume auf dem Boden des Wäldes fielten. Okay, okay, okay. Also haben wir jetzt die dritte Erinnerung von Mami gefunden. Und können das Ganze dann wieder im Dingelskommens einsetzen, im Ofen und starten damit, glaube ich, den Level 3. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch, wenn ich jetzt dem soweit glauben soll, gibt es anscheinend nur vier Läden oder so. Ready! Äh, ja. Oder es kommt noch ein finales Chapter. Ich weiß nicht. So, wir gucken jetzt erstmal, wir lösen hier natürlich... Was ist das? Das Ding? Was? Wie? Was? Sie sah so schade und schade. Achso, okay. In der Erinnerung. Okay, verstehe. Es wird so schön sein, wenn wir mit all dem und wir können zusammen spielen, alle Zeit. Ich weiß nicht, inwieweit ich dem Teddy wirklich glauben soll. Also ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Gut. Was war das? Ja, und warum stecke ich in dieser Situation, Teddy? Hast du dich da schon mal gefragt? Ist ja nicht so, als ob ich einfach gesagt habe, ich will nicht in den Schau. Nein, Teddy. Lass uns an einen dunklen Ort gehen. Schön. Schön. Äh, okay. Wo sind wir hier? Ja. Ah, ich weiß ja nicht. Also. Na ja. Wir nehmen es mal mit. Wo sind wir hier? Ein Kleiderschrank? Oha. Oh. Da geht es runter. Und zwar ziemlich tief. Ah. Okay, ich muss das da lösen, damit das Ding da durchkommt. Okay, okay, okay. Verstehe. Verstehe. Wie komme ich jetzt nur noch hoch? Okay. Wie schaffen wir es? Ah, okay. Verstehe, verstehe. Wir können hier also durch. Ich muss dann nach da oben. Oh, warte mal. Von hier unten. Von hier nach da. Und dann durch die Tür. Und dann bin ich nach oben, oder? Ja. Ja. Und ja. Ja. Wir kommen bei Dark. Nee. Nein. Steven. Nein. Wir machen heute kein Dark. Rätsel. Gedöns. Okay. Nehmen wir mit. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Oh. Okay, okay. Hey, 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 hey. Ich will mich nicht auffahren. Was ist denn los? Aber ich habe was fallen lassen? Ich mache jetzt nicht so auf. Ich bin auch nur ein Kind. So. Shit. Ich bin verwirrt. Was ist denn los? Stopp. Lass mich hier hoch. Oh. Okay, okay, okay. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen, äh, Kletter-Action. Und wenn jetzt hier hoch... Das war nur ein Mantel. Das war safe, nur ein Mantel. Oder? Daddy? Be my lighting... Leiter. Okay, es war kein Mantel. What the fuck? Es war kein Mantel. Es war kein Mantel. Ich dachte, es wäre einfach nur... ein Mantel. Was ist das hier? Äh! Äh! Wo bin ich gelandet? Ich bin jetzt hier irgendwo runtergefallen? Oder war jetzt hier irgendein... Der never ending fall. Ja. Äh... Wollen wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade... Was? Was da gerade passiert ist? War hier nicht noch auch noch irgendwie eine Tür? Da sind doch zwei Türen. Okay. Ich weiß nicht, ob die Zeichnungen mir irgendwelche gruseligen Hinweise geben sollen. Oder ob das einfach... Kurze allein sind. Ähm... Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ich höre irgendwelche Geräusche. Oh! Nee! Nichts! Ach, was nicht. Wo krabbel ich denn jetzt schon wieder hinten? Uh! Cyberpunk! Ja, schon. Okay. Okay. Muss ich da jetzt, äh... Zufällig... Den Halbmond... When you're holding an object, use... None. Was ist denn None? To throw it. Also, nicht belegt. Nicht denn dat hier? Okay. Ich bräuchte einen Halbmond. So. Was soll ich so einen Ball nehmen? Ach so! Ah! Warte! Warte, warte, warte! Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss den Baller nehmen. Da oben das Glas... Ich muss sagen, das Glas kaputt machen, aber... Das Glas geht im Baseball nicht kaputt. Okay. Da schmeißen wir das Glas so weit nach unten, dass... Jetzt treff ich es nicht. Ernsthaft! Nimm die Ball! So! Geht doch! Was? 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 Was mir egal. Take this. And I take this. And now I can open it. Jetzt muss ich einen Stern finden. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Da hinten liegt er. Uuuuh. Wie ist das? Hörst du das? Was ist das? Nö, habe ich nicht gehört. Das ging jetzt an mir vorbei. Wartet mal kurz. Ich muss doch safe da oben irgendwas rausziehen. Damit das Ding doch dann bis da hinten hingeht, damit ich den Stern holen kann, oder nicht? Wogegen knallst du denn die ganze Zeit? Wow. Hier gibt es noch ein Schränkchen. Und hier ist auch ganz viel anderes Zeug. Und lass mich raten, ich brauche den Hocker für diese Seite. Ah, vielleicht auch nicht. Nee, aber ich kann hier, komme ich zumindest schon mal weiter. Okay. Aha. Kann ich hier hin? Okay, okay, verstehe. Jetzt will ich wissen, wo hängen die jetzt bitte nur fest. Naja, genau. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Kann ich den? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier wieder zurück? Jo. Okay, wir haben es gef... Wie, 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 wie... Da stand die Mutti auf einmal. Also, die böse Mutti. Das war jetzt nicht so schön. Okay. Hab mir gerade leicht ins Hüschen gemacht. Völlig in Ordnung. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Ist aber... Okay. Okay. Wir können jetzt hier nach drüben rennen und können uns ganz easy peasy nicht den Stern mitnehmen. Das ist natürlich richtig awesome. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre es jetzt gewesen. Aber no. Bitte was? Okay. Wow, 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 wow. Können wir das sein lassen? So, Sachen werfen und so? Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann diese Tür hier öffnen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Halt schon. Wie, wie rum denn jetzt nun? Okay, keine Ahnung. Oh Gott, hab ich gerade erschrocken. Keine Ahnung. So, hier sind die Bälle rausgekommen. Okay, cool. Cool, hatten wir hier nicht noch irgendwo... Und da sind wir hier gekommen, oder? Ach ja, hier. Nee, da, 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 da wollte ich noch reingucken. Ah, hier ist ja gar nicht gruselig. Das ist ja mal... Ja. Wofür konnten wir jetzt den Hocker eigentlich da hinten rausholen? Okay, wir sind in der Küche. Äh, kann mir jemand da sagen, warum... Äh, warum wir den Hocker... Also ich meine, brauchen wir den jetzt? Muss ich... Muss ich jetzt den nach... Hier vorne schleppen, damit ich da hochkomme? Wo? Lol. Wo ist der Stern? Sag mal. Nimm den Teller. Na, schade. Oh. Okay. Vielleicht ist Mami nicht ganz so fröhlich drüber, dass ich so viel kaputt gemacht habe. Mami, es war nur für einen guten Zweck. Ich bin weg. Kann ich jetzt wieder zurück? Einfach? Wie? Was ist denn jetzt hier passiert? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Habe ich verpasst? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so planlos. Ich bin doch von hier gekommen, oder? Und hier gibt es doch den Mein Übergang ist weg. No. Die böse Mutti, die hat mir alles Wie soll ich jetzt wieder zurückkommen? Ich muss an den Stern einsetzen. Das ist alles nicht richtig hier. Oder? Okay. Okay, okay, okay. Hier gibt es noch ein Creepy-iges Bild. Das ist Papi. Das ist Papi. Oh Gott. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht... Vielleicht lassen wir es auch erst mal zu? Okay. Oder wir machen sie einfach auf. Äh, und? Ist das jetzt denn fucking ernst? Bin ich denn jetzt runtergefallen? Ist das jetzt... Das ist doch falsch hier. Was? Wo ist sie denn? Okay, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ist mir egal. Ich gehe weiter. Ist mir egal. Muss ich vielleicht jetzt hier lang? Alter, ist das creepy. Ne, ich muss nicht hier lang. Okay, also wenn das ab 6 ist, dann weiß ich auch nicht. Dann läuft bei den Leuten irgendwas falsch. Ich kann hier nichts machen, außer runterkrabbeln. Äh, hier rüber komme ich auch nicht. War das jetzt mein... Meine To-Do? Okay, komm, wir probieren nochmal uns einen Überblick zu verschaffen. Wo müssen wir hin? Vielleicht der schwarzen Spur folgen. Maybe. Okay, wir folgen dem Basketballer. Der Basketballer wird uns den Weg zeigen. Bist du mich hier durch? Das gibt's... Ja, danke. Kann ich hier... Ich kann hier nicht rüberklettern. Warum kann ich hier nicht rüberklettern? Weil ich hier durch muss. Nein, ich muss nicht hier durch. Ähm... Okay, vielleicht muss ich hier durch. Wollt ihr mich... Das sind doch jetzt... Alles Flaschen... Um die Dame da zu triggern, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Wenn ich die jetzt hier nehme. Die ganz sanft... Okay. Warum bewegst du dich? Tür. Mach das nicht. Muss ich jetzt hier rein? Nee, das ist nur zum Verstecken, falls ich Lärm mache. Ist ja wunderbar. Das Spiel hat ja sehr viel Vertrauen zu mir. Ah, ich hätte es aber auch nicht... An... Seiner Seite... Stelle... Muss ich mich raten. Hier komm ich... Hier ruhig auch nicht rein. Ja, wow. Okay. Ja. Das war doch jetzt gemachtes Ding, oder? Das war doch jetzt gewollt. Also, ich hab das extra mit hin. Nö, und so. Damit wir... Nicht die Mami aufschrecken. Und wir easy peasy... Welche Flasche ist denn angeblich runtergefallen? Ja. Keine... In meiner Nähe. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Hier geht's... Nein, nicht ducken! Klettern! Und Teddy rausholen. Teddy. I need... I need you. Whoa. Whoa, 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 whoa. Warum bin ich jetzt in den Raum gegangen? Also jetzt sag mir bitte nicht, damit ich hier den Stuhl mitnehmen kann, den ich nicht hier rauskriege. Und bevor der jetzt hier verbarkt, ziehe ich den erstmal wieder zurück und hole mal kurz Teddy raus. Äh, was? Warum? Okay, 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 wir gehen hier weiter. Wir gehen, wir gehen einfach weiter. Ich hab nichts rumgeschmissen. Komm hier, ich schmeiß dich mit meinem Tennisball ab. Komm hier, ich bin überwaffnet. Was machst du jetzt? Okay, dieser schwarze Anzug. Den wir ganz am Anfang dachten, dass das nur eine Jacke ist. Das ist gar keine Jacke. Das ist ein schwarzes Ding. Okay. Und wenn ich jetzt die nach da hinten schmeiße? Also eigentlich dürften die ja gar nicht auf unserer Etage sein. Ich hab die doch mindestens fünf Etagen runtergeschüttet. Ich hab mal in keiner Eskort... Ja, steh dir das mal vor. So eine Eskort-Mission. Bitte nicht. So, sind wir jetzt endlich mal wieder am... Hä? Nee, sind wir nicht... Am Stern angekommen? Ey, jetzt sag bloß, ich hätte hier einfach rüberlaufen können. Ja, okay, ich hätte nicht drüberlaufen können. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier... ...in der Lampe an der Decke. Äh... Weiter, um... ...wieder zurückzukommen. Nicht hier richtig. Ja. Da ist der Stern. Kann ich jetzt hier einfach runterlatschen? Ja. Ja, 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 ja. Das sieht man gar nicht... ...so verkehrt aus. Zack. So, jetzt können wir nämlich Sternchen setzen. Und unsere Erinnerungen abholen. Der Elefant, ja. Der gute Elefant. Gib mir den Elefanten. Mami. Gib mir den. Mit den... Hallo. Muss ich jetzt wirklich da hochklettern? Mit meinen Elefanten zu holen? Gib mir den Elefanten. Oh. Ja, 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 ja. So. Und als nächstes geht's jetzt... ...wohin? Äh... Hallo? Ich drücke mal die falsche Taste. Ich will doch hier noch hoch. Ich will noch hoch. Hallo? Hä? Äh... Okay. Ich will doch gar sagen. Ich hab doch eigentlich hier alles gefunden. Das wäre doch der einzige Ausgang hier. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein! Das ist doch Tanni. Nein! Ach, nicht. Mein Tanni, lass los! Sie hat Tanni kaputt gemacht. Und wir sind eigentlich gestorben. Was mach ich jetzt? Nein, Daddy. Lass dir arm. Mein Buddy. Warum? Was? Daddy. Ich will meinen Daddy haben. Gib mir meinen Daddy. Okay. Nicht jetzt. Wie? Warum? Nicht jetzt. Mami. Halt, bleib doch hier. Ich sagte, nicht jetzt. Okay, Mami verändert sich, wenn sich was trinkt. War vorhin also Mallorca und Eimersaufen doch nicht so verkehrt? Äh, Alkohol ist nie gut. Deswegen, Finger weg von Alkohol. Okay. Okay, quiet now. Mami. 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 Ich will nur irgendwo hin. Ich werde nur... ...dust du ihn. Du wirst nicht... ...täme mich. Okay. Du kannst nicht mehr... ... und was Mama sagt, ... ich werde sehr Angst haben. Wir wollen das nicht. Okay. Muddy ist nicht Muddy, wenn sie mir nicht Muddy-Saft getrunken hat. Ja, oh Gott. I will find you! Weiß ich nicht, will ich das? Ich muss wahrscheinlich in die Richtung des Lichts. Muddy braucht einen Snickers. Ja, das braucht Muddy definitiv. Okay, also wir haben... Oh no, wie soll ich denn jetzt die Knöpfe drücken ohne Teddy? No! Ist das jetzt ernsthaft? Ich muss jetzt den Arm darauf packen, damit ich den Knopf und das letzte Level machen kann mit Teddy. Oder... Gott! Sorry, sorry dafür. Okay, das war ich nicht. Und no! Teddy! Aber, das heißt ja auch, ich kann Teddy den nicht mehr in die Hand nehmen und ich hab keinen... ...nicht... Kann ich... Kann ich Teddy, kann ich den jetzt mitnehmen? Ich möchte ihn wieder mitnehmen. Okay... Ich... Und ich hab nichts... Womit ich knuddeln kann! Der Olyphant, ja, der Olyphant ist... ...nice, aber jetzt geht's zum letzten Level. Vielleicht... Ich hab sie mir entkommen. Das Elephant... ...dass ich Spiel ruhe. Hier ist das Buch. Jaa... Das sieht alles wieder normal aus. Wo ist Teddy? Teddy? Was kennt Teddy hier? Guck mal, hier ist die Eule. Und das andere Spielzeug. Und nochmal. Der Stern. Oh, die Puzzle. Mami? Ich hoffe, du trinkst jetzt nicht noch den Mami-Saft da. Der tut dir nicht gut. Oh, ne? Äh, okay. Ich gehe mal von aus, wir müssen Richtung Küche. Äh, Mami? Oh. Mami? Ich hoffe, du bist noch nicht so sehr mit deinem Mami-Saft da so durch. Hast du den Teddy kaputt gemacht? Das ist doch nicht so weh. Guck mal, ich kann trotzdem mit ihm spielen. Mit mir den Teddy. Ich drücke F, um den Teddy zu nehmen. Ich kann eröffnen, ich drücken. Mami? Ich bin dich trotzdem lieb. Okay. Ich gehe mal. Ich gehe mal eröffnen. Wo ist es? Hallo. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, um das Licht zu geben. Aber wir machen es. Hey, little one. Come here. Okay. Did you like your gift? Teddy? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix him up. Yeah, wir fixen Teddy. Teddy. Das war's, oder was? In memory of Jory Crumb. Okay. Krass. Hatte Atmosphäre. Grafik war auch in Ordnung. War okay. Da konnte man natürlich ganz easy peasy spielen. Rätsellastig war es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten hat es trotzdem irgendwo mega Spaß gemacht. Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, und gerne, lasst da gerne ein Like da. Ein Abo. Damit ihr keine Folgen verpasst. Und gerne auch einen Kommentar lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, Eingauern.